Und da wir gerade beim Dankeschön sind, Dankeschön an die Tagobank, die die Jugendabteilung des VWC unterstützt hat. Und wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, zwei Führerboxer des VWC laufen hier mit einem kleinen Spendenring herum. Bitte machen Sie freundlicherweise reichlich Gebrauch davon. So, jetzt wird wieder geboxt. Es stehen sich gegenüber in der Klasse 81 Kilogramm als Schwergewicht. In der roten Ecke für Wappelsberg, Mejonini. Und in der blauen Ecke für den VWC, Öde Krause. Als Runde, ich danke dir, die Christenkampf, Dr. Rami Al-Masri. Und schon geht's los. Ringwein, Runde 1. Oh, der Weiss ist zu tief. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf Ihnen vorstellen, in der Rundecke der Kämpfer Jaroslav Minin, 23 Jahre, mehrfacher Landesmeister in Russland, 93 Kämpfe, 87 Siege. Die Rundecke, Jaroslav Minin. Sie hat jetzt hierbei eine Schlüge. Das war doch gar nicht. Das war doch gar nichts. Ringweil, Runde 2. Ringweil, Runde 2. Ringweil, 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 Ringweil. Ringweil, 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 Ringweil Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieger bei zahlreichen internationalen Turnieren und Vizemittelmeister um 17 im Halbschwergewicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, mach mal hin. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.